Dankeschön. Das ist aber sehr nett von dir, dass du mich haltst. Danke. Ich wechsle mal von der AK auf die M416, keine Ahnung. Hey! M416. Hör auf damit! Wir sollten mit den Katanas nicht zu nah aneinander laufen. Das ist gefährlich. Ach, die sind alle da oben! Ich übel, ich gehe jetzt mit demselben weiter, was ich nur geschafft habe. Wir zurück. Olle! Boah, der hätte mich fast runtergerissen. Ja, ich hab's gemerkt. Danke, ist ja echt cool. Wo hängst du schon wieder rum? Ja, hier oben. Hallo! Wir schießen in die Luft gleich, hilft das. Ja! War schon schlimmer. Du bist ja echt schon weiter aus dem Safe-Room gekommen. Hier oben, ich war hier oben alleine, ja? Du sollst doch bei der Gruppe bleiben. Nehmen wir ihn an der Hand los. Man hat mich sonst bitte erwischt. Warte, ich komm hier grad zu rechts. Also, Mathis und ich, wir haben schon mal, wir sehen uns dann unten. Ach, zu der Leibahn wieder. Ist das echt ein... Ist das echt ein Hunter? Hier irgendwo, ja. Ich hab Angst. Boah. Wo ist die Kreatur? Tot. 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 Offenboden ist die. Sie ist in der Hölle. Im Himmel. Ich hab so viel Gegenüber... Ich hab so viel Friendly Fire abgekriegt. Könnt mich schon wieder heilen gehen. Warte, Muni. Und schießt nicht immer auf mich. Vor allem die, die sonst ab... Versteh mich, diese Schussbahn. Die sind absolut keine Bedrohung für uns mehr. Aufsache, doof schießen. Wie gesagt. Könnten ja seit... Fahrtseil-Akt mäßig, äh... Drei kommen. Also Nebel, ich seh nichts. Ich hab gesagt, ich hörte das auch. Captain Obvious strikes again. Gegnerischer Anruf. Ich will wieder runter. Genau. Wir werden schön durch. Das ist schön gemacht, Matthias. Ich hab Blödsinn gemacht. Du kannst das nicht sagen, dass du's warst, wenn die Schuld schon schön auf Matthias hier schoben wurde? Nein, nein, ich hab das mit dem... Das mit dem Brennen hab ich auch nicht gemacht. Ach so. Doch, doch, das war Benni. Ganz, ganz eindeutig war es Benni. Ich hatte das überhaupt überhaupt gar nicht. Ruhe da. Hinter dir! Smoker! So. Fick dich. Oh, wo geht's hier weiter überhaupt? Wow! Oh, Jockey! Was zum... Toll. Ach, hier ist ein Loch im Boden. Oder die Tür noch zu. Tötsi, Bernie, tötsi! Ich bin dabei! Chill meine Basismann. Also, einer kann ich heilen. Bei mir lohnt sich's, glaub ich, nicht. Bleibt bei einer stehen vielleicht. Eine andere was los ist ja. Bei wem jetzt? All dich! Schnauze! Lade nach! Ich halt Stefan im Sympathisch. Ja! Mach was draus. Geh bloß nicht vor Benni. Sonst ist wieder alles weg. Hehehehe. Aber dazu muss man sagen, wir spielen auch auf Normal. Und dafür, dass er jetzt zum ersten Mal dabei ist. Obacht. Ja, ich finde, er spielt auch viel besser als manch anderer. Hier ist noch Raubommer. Ich hab noch Platz. Ähm... Ja, kann ja gern öfter mitspielen. Ja. Nächstes Mal laden wir die Karten ein kleines bisschen früher runter. Genau. Gehen vielleicht auch mal zwei. Aber die Karten sind ja auch ziemlich lang. Also, wir sind jetzt in der Vorletzten erst. Und wir spielen schon... ...ne ganze Weile. Ach so. Man läuft langsamer, wenn man verletzt ist. Richtig. Wie viele Minuten braucht die Pizza? Eine ganze Weile. Ja. Wann haben wir angefangen? 19 Uhr. Hehehehe. Joke, das ist jetzt hausend. Ja, ich hab sie abgekriegt. Ich seh nichts. Und ich stinke wahrscheinlich. Oh, das weiß ich, dass das Geruchs-Geruchs-Youtube noch nicht erfunden ist. Ach, das waren... Keine Sorge, wenn du stirbst, können wir dich wieder belieben. ...den Tod. Ey, das ist ja ein Gift. Der hat auch mit der Wegfindung Probleme. Fürchte nicht den Tod. Der Tod fürchtet mich. Ja, deswegen lässt du die Viecher hinter dir auch leben. Ich lehne eine Herausforderung. Richtig. Pass auf! Hier ist ein Medi-Kick. Wer kann's brauchen? Ich kann's brauchen. Ich hab' noch zwei AP. Ich hab' auch eins. Moment, ich verarzt mich! Mhhh... Wieder auch mal den gleichen Song, ne? Wie ich vorhin gesagt hab' von Frodo und... ...Floyd. Äh, ja, egal. Ja, in der Forst-Apokalypse gibt's auch keine Tampons mehr. Die ist sehr, sehr unglücklich. Ey, cool, hier ist ne Leiter, hier kann man garantiert hochklettern. Wenn man rüberkommen würde, ja. Oh, er ist rübergekommen. Ich hab's geschafft. Oh ja, ich bin... Ich bin King. Ich komm' hier aber nicht rein, was soll das? Ah, so. Mann, die wollt' ich haben, ja, egal. Oh, das ist mal ne Witch! Ähm, Mildensmoker. Oh, das ist fies, ich hab' mal Hunter. Wie schlimm ist es? Ja, Gaming rettet den Tag. Gehen wir! Puh! Sei unser Held! Ja, nur dass ihr das letzte Mal mich alle angeschrien habt. Total verplant, das Spiel noch nie gespielt, so wirklich vorher. Wusstest aber auch nicht, was auf mich zukommt und alles. Los, los, los! Tötet sie, tötet sie! Ja, komm, komm! Der hat das Spiel gekannt, aber nur vielleicht gespielt. Und du hast unbedingt darauf bestanden, wir spielen auf normal. Ich ein absoluter Pfosten in Ego-Shootern und dann waren wir fertig. Weil Stefan war bei deiner ersten Aufnahme nicht dabei, der hat kurzfristig abgesagt. Waren wir nur zu dritt? Ja. Ja, im Grunde muss ich, äh... Der war erst auf der zweiten Aufnahme, oder? Stefans Bruder, ja, danken. Eigentlich müssen wir beide Stefans Bruder danken, sonst hätten wir uns nie kennengelernt, so wirklich, glaube ich. Dass wir jetzt auch ungefähr zum hunderttausendsten Mal geklärt hätten. Aber ich sag's immer wieder gerne. Wichtige Sachen wiederholt man auch mal. Genau, Benni, ich bin nicht dein Sight. Ich hatte was im Auge, Mann. Molotow-Cocktail. Nee, nee, nee. Aber auch die Hütten, die machen ordentlich weit her in ihrem Schäbien-Look. Ja, und vor allem, wenn ich da grad durch bei deiner Tür schau, da ist ein Loch drin und dahinter geht das Level-Design weiter. Da ist nicht einfach still, oder... Also, es sieht echt toll aus. Ah, mir geht's irgendwie scheiße. Ja, mir auch. Siehst du schon wieder schwarz-weiß? Na, da musst du nach einer Heilung dreimal K.O. gehen. Geht in Deckung! Bin so unglaublich schnell. Hier liegt ein Medipack. Medipack! Ich wollte dich eigentlich heilen. Ah, cool. Eigentlich würde ich Benni ja fast sterben lassen, und dann könnten wir ein Defi benutzen. Danke! Ja, wir hätten genug davon. Achso, wir müssen hier aufs Dach und dann über den Pfauen. Oh, cool. Wenn ich das richtig zusammensetze. Ich lauf dir einfach mal hinten nach. Äh, lasst mich zurück, Helfer! Ich hab Medipack gefunden, sehr nett. Ich hab Medipack gefunden, sehr nett. Jedoch die selbstständigste! Scheiß Boomer, scheiß Boomer! Hier war schon lang kein Tank mehr da, ne? Halt die Klappe! Wieso ist das so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das nicht sagen darf, sonst kommt einer? Das war nämlich zum Beispiel in dieser besagten Aufnahme, wo wir zwei beziehungsweise drei hatten. Haben wir nicht einen gehabt, und wollen noch so, guck mal dein erstes Mal und wir haben überhaupt keinen Tank. Und dann fangen wir. Auf immer drei, ja! Weil du vorher auch noch so provokant gemeint hattest, da kommen garantiert ein Haufen Tanks. Da waren wir in der letzten Tat ja und kein einziger Tank bis jetzt, wenn alle drauf einwollen. Ich glaube wir müssen irgendwie diesen Weg hier weiterlaufen. Gell das? Glaube ich auch, aber ich habe keinen Plan wo sie wieder rausgeht, es ist so dunkel. Ja das ist so uncool. Also die Karte ist echt gigantisch, das ist teilweise echt verwirrend. Diesmal bist du mir in mein Ding jetzt reingelaufen. Ja gebe ich zu, aber ich warte den. Der Fang ist schützend. Egal wie wir uns alle aufhören. Ja, ich habe ihn! Ich sehe ihn! Ja toll, wirft den Molle mitten auf mich. Da war er müde, hat sich hingelegt. Ich will auch mal Leuten helfen beim Aufstehen. Okay, tu's. Jetzt ist es nicht genau das Reiweck, das ist nicht gegeben. Wie so ein Spielzeug. Ich will auch mal, da ist auch kein Bock mehr. Ja. Leute, nerv nicht. Ja. Äh, Leute. Nerv nicht. Ja. Hey, Peck, wer braucht eins? Hier ist noch eine Pillen-Pill. Ja, warte, wie mache ich das jetzt, wenn ich jetzt dich heile? Rechtsklick. Ah. Komm, ich verabschte dich. Warum spiele ich eigentlich diesen alten Knacker? Weil der ist als ich übrig war. Danke. Hilfe, hier sind Pillen. Pillen. Die Effiger... Äh, hier ist weg. Ich hab'n. Hey, hier gibt's Waffen, Leute! Hey, hier gibt's Waffen, Leute! Du sind wohlstig. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, Alter. Ja, und Folge... Du hast mich voll aufgelegt, dass kein Tank kommt und so. Ich bin voll gekotzt, Leute. Das... Das war echt eklig. Ja, wenn du dich... äh, übergeben musst, musst du schauen, dass du vielleicht so viel nach vorne geholtst. Boah, da kommt ein Hunter gekrochen. Ich hab auch Schreck einfach zugeschlagen. Hahaha. Hahaha. Das sind eh mal die besten Sachen, wenn man sich erschreckt und dann voll draufhaut. Ja, das hab ich voll gemacht, dass ich dich gesehen hab. Hahaha. Ja. Wenn's im Versus-Versus-Match passiert und dann die Gegner dich als Hacker bezeichnen. Ja, weil du dich einfach erschreckst und die Reflexe gut funktionieren. Die Reflexe! Die Reflexe! Ich wollt's erst sagen, aber... Ich dachte, nicht jeder versteht's. Hier ist noch ein Medipack. Einer sollte das nehmen. Oder, Stefan, komm mal her. Ja, ich hab noch Platz. Da oben? Cool. Ich treff nicht mehr. Was wolltest du sagen? Ich hab's jetzt nicht akustisch verstanden. Weitens bitter. Zeig dich. Zeig dich, du gerne. Was? Was solltest du statt Reflexe sagen? Ich wollte Reflekte sagen. So ein Oton-Charts. Da war irgendwie so ein... War eigentlich so ein 40-jähriges Muttersöhnchen in so einer Talkshow. Und Mama hat sich aufgeregt, dass der den ganzen Tag nur am Xbox spielen wird. Ja, genau. Komm. Komm. Das ist ja auch wichtig. Das ist wichtig, weil... Hand-Augen. Cordy. Cordy. Ja, halt für die Reflekte halt. Das ist dann so bei uns im Radiosender so ein Oton-Chart und wird dann hoch und runter gespielt. Ja. Okay, jetzt verstehen wir's wenigstens. Hier sind nochmal Tabletten. Hier auch. Ich hab einen Adrenalinschuss für dich, wenn du... Adrenalinschuss. Was ist das? Was hat... Ich hab... Adrenalin. Gib dir ein bisschen Gesundheit, mach dich schneller und widerstandsfähiger. Uni. Mori. Hab ich jetzt gerade aus Versehen genommen? Ja, solltest du auch. Okay. Leiter. Ja, hüpf mal runter. Mit deinem tollen Katana. Tot. Hallo. Ach du Scheiße, ich hab Angst. Was? Toll, mach, dass die Werbung aufhört. Die Werbung. Werb aufhört. Cool, so ein bisschen wie Metro. Ich bin nur noch die Geister. Da kommen sie auch schon. Was, Geister? Und die Geister, die ich rief, wurde ich nie wieder los. Boomer. Und ich natürlich mit dem Katana. Hey, lass mich nicht zurück. Ich komm wieder raus. Ich komm wieder raus. Ich steh hier, hab keinen Bock auf was ich los schlag, aber das kommt ein fette Meuter auf mich zu. Ja komm hier, weil... Ich komm wieder raus. Ich komm wieder raus. Du bist einer, der nach hinten blickt. Tori, nächstmal lass ich die Gegner von vorn durch und dann... Schau nicht zurück. Hahahaha